Oh man, Rick, wer soll das alles hier sauber machen? Das sieht aus wie Scheiße. Also ich mach das ganz sicher nicht. Vanessa, iss erstmal ein Fickers. Immer wenn du hungrig bist, wirst du zu Diva. Besser? Alter, das ist ein scheiß Schokoriegel. Davon werde ich doch nicht satt. Aber was hast du mit meiner Vagina gemacht? Du Doppelkatz auf! Meine Vagina! Ich habe sie geliebt! Wie meine eigene Tochter! Schmeckt ganz okay, aber satt macht's jetzt nicht. Fickers. Hallo, hier ist Till Schweiger. Papaya ist ein Musik-Streaming-Dienst, der mir Millionen bezahlt, damit ich ihre Kack-App bewerbe. Denn sie checken einfach nicht, dass mich eigentlich keiner leiden kann. Papaya. Wie Spotify. Nur mit mir. Meine Jungs von Flüge.de. Bei denen finden sie genau das gleiche Angebot wie bei allen anderen Vergleichsseiten auch, weil die nämlich alle auf die gleiche Datenbank zugreifen. Aber der Service, der ist um einiges schlechter, als wenn sie direkt beim Veranstalter buchen würden. Oppo? Expedi- Trivago? Ja, ja. Wir versprechen, wat andere halten. Ich hatte immer einen Berufswunsch. Pornostar. Auch dann kam der Mikrowellenunfall. Seitdem brauch ich für meinen Penis einen Waffenschein. Jetzt bin ich YouTube-Star. Wie das alles zusammenhängt und was das mit einer Krankenkasse zu tun hat, weiß ich auch nicht so genau. Weil das deutsche Volk immer weniger Werbung schaut, gibt es jetzt mich. TV Heil! Schaut zusammen mit mir stundenlang Werbung und erhalte dafür eine mickrige Anzahl an Göbelspunkten, die niemals ausreichen, um eine unserer Prämien zu erhalten. Denn Flaschen sammeln ist zwar weit lukrativer, aber dafür ist die App kostenlos. TV Heil! Ich wollte irgendwas mit Medien machen, aber ich kam in meinem Job einfach nicht weiter. Also begann ich ein Fernstudium bei der IS. 30.000 Euro später habe ich nun einen Abschluss, der nicht anerkannt wird und bin arbeitslos. Jetzt anrufen und den kostenlosen Terror- äh Studienführer anfordern. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Quack! Macht ihr Freude auf! Na 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 na! Ein riesengroßes Dankeschön an Vanessa, die uns hier geholfen hat in diesem Video. Wenn ihr sehen wollt, wie ihr Orgasmusgesicht ausgeht, klickt auf den Kanal da unten oder in der Videobeschreibung. Und noch ein ganz großes, dickes Wiedersehen und Hallo an Marty Fischer, der uns hier fleißig geholfen hat. Und LeFloid, der auch in dem Video vorkam. Und vergesst nicht, vielen Dank Til Schweiger fürs Einsprechen. Herzlichen Dank. Dort drüben findet ihr das letzte Ehrliche Werbung, Ehrliche Werbung 3 und darunter unser letztes Video, eine kurze Animation, Frösche im Weltraum. Geilo!